ok ich brauche noch schneebälle dafür müssen wir aber einfach nur in genau wir müssen noch toast machen automatisch schneebälle gibt es eine maschine echt welche maschine gibt es denn da wenn du das gerade zufällig auswendig weißt wir müssen noch was bauen damit wir toast automatisch braten wir brauchen auch noch was fleisch automatisch brät dafür brauchen wir einen haufen öfen so aber ich lege jetzt erstmal wieder quatsch ab also wir brauchen jetzt einen haufen öfen damit wir brot und fleisch automatisch grillen das ist das wort so das packe ich mir alles hier rein doch das passt aber passt auch noch ein aber das brauchen wir momentan alles nicht die flucht dinge brauchen wir eigentlich auch nicht energy auch nicht item könnte man auch brauchen die flucht dinge brauchen wir nicht mehr ja da brauchen wir sowieso nicht ok das salz und den kein stress genau ich wollte die sachen schnell zurückpacken das salz und dann brauche ich öfen für öfen brauche ich stein den stein habe ich gerade weggepackt von der motto den akkumulator hat ja mache ich gleich ich hole noch den stein also 50 öfen glaube ich reichen erstmal komische komische und dann und dann opa also die haben maschinen das was da steht ich glaube aber das ist der fast oder jetzt so wirst du an den kann ich eigentlich drüben direkt an dem aqueos akkumulator da anschließen mit dem wasser das was ich am ersten anhört ist glacial precipitivity hot and cold flutes braunen ich muss worte from surroundings ja das ist andere kraft items wollen wir auch nicht wollen wir auch nicht wollen wir auch nicht da muss das eigentlich der quatsch der sein nein was fehlt mir denn das ist natürlich trüben wurde ich das schnell und runter jetzt brauche ich wieder das ist sehr gut so maschinen frame habe ich auch nicht mehr dann packe ich den jetzt gleich da drüben hin und dann haben wir auch schnee schon also die eisbille für das ist bullshit für ice cream das stimmt du hast ja in dem ich glaube das war keine eisblöcke irgendwann hast du doch eisblöcke verbaut oder naja siehste braucht auch wieder energie jetzt habe ich natürlich die ganzen dinge abgelegt ich idiot das stimmt magierdorf genau habe ich doch richtig in erinnerung bei dem kurzen besuch den ich dort hatte und dann schließe ich den auch an dem generator an und dann schließe ich den auch an dem und dann schließe ich den auch an den und dann hat er auch gleich energie das ist nur inset genau und jetzt braucht er noch energie ja genau aber das sieht mega cool also der magierdorf ist super ja schneebille sehr gut ähm ja stimmt schon da inset und hier extract always active dann habe ich die da drin jawohl weil ich ähm ja äh hier oben so irgendwo mache ich so ein tesserakt hin wo dann alle items die hier irgendwie crafte zu diesem tesserakt gehen und die gehen dann alle rüber ins ins me system automatisch aua das war mein knie an meinem schreibtisch ich habe bin übrigens dazu gekommen mir hightail anzugucken das sieht echt nicht schlecht aus aber ich habe es irgendwie noch nicht so ganz überrissen ähm ob das jetzt draußen ist ob man das schon spielen kann oder ob nur die beta draußen ist ob das eine closed beta ist oder ob das eine open beta ist ich muss kurz trinken das habe ich noch nicht ganz verstanden so ah ok seine tasse traut doch ok das habe ich irgendwie noch ganz so überrissen so jetzt brauche ich meine üben ähm oh mein gott ich brauche ja auch fische ich brauche irgendwo ein angler ah ok mach ich da hinten eine tür rein zu dem fischer also zu einem angler dass ich dann zum beispiel einen fluss mache und dann einfach einen angler reinsitze weil dann kriege ich fischies so viel zu tun so ich würde sagen für jede fleisch sollte einen oder das blöde ist wenn ich dann ein tesserakt anschließt dann ballert der natürlich alles in seinem e system oder kann man ein tesserakt filtern aber ich könnte einen aber der filter wird nicht groß genug sein also ich würde nicht so viele items filtern können wie ich gerne filtern wollen würde das ist bullshit also kabel dran mit filtern ja das habe ich mir gerade gedacht aber ist der filter groß genug für alle fische das ist ich mache das noch was ich jetzt muss Kann ich rechts nennen? Also von unten kommt Kohle rein. Logischerweise. Ich weiß gar nicht, wie viele Fleischsorten habe ich denn. Weil Pam hat, wie viele neue? Zwei. Äh... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs. Ja, das weiß ich. Ich habe eine Falle drüben im Ding stehen. Ähm... Sechs Stück. Okay. Das heißt, ich brauche sechs Öfen. Okay. Von unten kommt ein Kabel mit... Kommt ein Kabel und baut eine Truhe. Von unten kommt ein Kabel mit Kohle. Und das... So... So... Von oben... Von oben... Kommt ein Kabel... Mit... Fleisch. Okay. Okay. Puh. Ähm... Jetzt sind die blöden Fallen, überlege ich gerade, ob ich, bei den Fallen ist es wurscht, ob ich draußen oder drinnen bin und Licht habe oder kein Licht habe, oder? Weil jetzt überlege ich gerade, ob ich hier hinten neben dem Angler einfach so eine Grünfläche mache, die Fallen da reinsetzt, die alle mit Kabel verbinde, die doch so einen Sortierer laufen lassen. Oder beziehungsweise hinter jeder Kiste einen Filter packt, dass da nur diese eine Sorte Fleisch, ähm, reingeht. Okay. Alles klar, wir brauchen hier anscheinend eine Tür. Tür. So. Schön, dass hier schon eine Höhle ist. Kommt mir entgegen. So. Da müsste ich auf die Bienenstrecke. Also ich habe, also ich kenne es von Gronkh, dass da Blumen drumherum sein müssen. Okay, ähm. Das ist alles dämlich. Ach so, okay. Ja, dann kann ich da auch die Bienenstrecke hinstellen. Das stimmt. So. Da muss ich nochmal ins Hinter. Das Lied nervt mich irgendwie. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen hoch. Damit wir auch Platz haben. Weil an dem fehlt es uns ja anscheinend. So. Ähm. Jetzt gehe ich wieder darüber. Mal gucken, wo hier meine Truhen hängen. Weil hier oben kommt Fleisch rein. Ich habe den... ...meine Wrench nicht mehr dabei. Weil hier würde ich dann rausziehen. Das Fleisch. Ich weiß nicht, ob das geht. Wie ich mir das jetzt denke. Ähm. Automatisch. Dann würde ich hier eine Kiste hinstellen. Genau, dann würde ich hier eine Kiste hinstellen. Hier dann nochmal ein Kabel. So. Und hier dann den nächsten Ofen. So. Quatsch. Aber wenn er hier schon mal meine Kohle nicht rauszieht, dann kann er hier noch das fertige Fleisch rausziehen. Ne? Macht Sinn. Okay. Jetzt halten wir mal hier die Kohle, um zu gucken, ob das da drüben auch so ist. Ja. Okay. Dann kommt hier in einer Truhe das fertige Fleisch rein. Da oben haben wir dann nochmal Fleisch, das reinkommt. Quatsch. Und sit. Extract. Always active. Okay. Ich habe gerade bedenken, dass die Mauer hier lang genug ist. Weil ich habe Ofen. Eins, zwei, drei Ofen. Eins, zwei, drei Ofen. Eins, zwei, drei Ofen. Eins, zwei, drei Ofen. Zwo, vier, fünf. Äh. Wir kommen zurück, Fidu Wix. Es läuft so, so lala. Ich bin mit mir selber überfordert. Mit mir selber meinen Ideen. Aber wir machen das einfach hier drüben weiter. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zack.